BASTE! 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 ALF STOP! Hier kommt... Berlin Metal TV Gast des Monats Red Got On! Applaus! Mit den Händen! Hergetreten! So komm, wir machen das hier wie bei Markus Lanz, hallo? Goldmann? Ach scheiße, äh... Stein! So! Genau, setzt euch... Nehmt euch... Haben wir noch ein drittes Mikro? Genau, äh... Biersklave, wir brauchen mehr Bier! Ja! Bring mal vier, bitte! So! Bring mal vier Bier! Mach mal noch ein Hobel klar! Sofort! Und noch ein bisschen Katzenhack! Ja! Hallo! Ja, wie geht's? Hallo! Gut! Und dir? Auch super! Fein! Fetzt, wa? Fetzt, wa? Das ist total toll, hier zu sein! Ja! Sehr freundlich, sehr aufmerksam! Na, stellt euch doch erstmal vor! Stellt euch erstmal vor und dann erklärt ihr uns, warum ihr nur zu zweit seid! Name, Klasse, Datum! So, Lars? Ja, ich bin ja Lars! Ja, ich bin ja Lars, Gitarist bei Red God Dawn und ja, eigentlich hätten wir heute ganz gerne gespielt bei euch hier, aber leider ist unser Bassist an der Lebensmittelvergiftung, ja, lebt noch! Ja, lebt noch! Und der Schlagzeuger liegt auch teils krank noch zu Hause in Leipzig! Leipzig! Ja! Und von daher sind wir heute zu zweit! In Leipzig! Achso! Check, check, check! Not's gut! So, ja! Ich bin, äh, der Steven, ja? Der andere Teil, äh, von den vielen, die hier sind! Du bist der Dominante! Äh, können wir nachher mal testen! Ich bin auf jeden Fall froh, dass ich Dipp-Mikro habe, ja? Ja! Du hast dich ganz so oft drin gerülpst! Wir kommen auch nicht aus Leipzig, unser Schlagzeuger kommt aus Leipzig! Ja? Nächste mal ein bisschen aufpassen! Und was erzählt der so über Leipzig? Äh, nur positiv ist! Warten! Äh, geile Temo! Also auf jeden Fall meckert da ein bisschen über die Straßen! Die Straßen sind zufrieden! Ja, die Straßen sind wirklich schlecht! Ja, hört man auch oft! Hört man oft! Ja, ja, das war das erste, als ich nach Leipzig gezogen bin, das erste, was ich gelesen habe in der Zeitung, die Straßen sind schlecht! Äh! Ja, ich... Die meckern nur! Ja, eben! Das winkt, wenn man so auf die Laune schon in Leipzig... Unser Fallschirm hier, ja, Tequila ist da! Ich wohne auch direkt an der Straße! Ich sehe, wie schlecht die ist! Furchtbar! So, und bevor wir den Tequila trinken, machen wir erstmal kurz hier Riddle of Steel! Denn, ihr müsst jetzt noch ein Bierchen mit uns trinken! Ausnahmsweise trinkt ihr das mal gegeneinander! Ich will das mal... 30 Sendungen und ich hab's noch nie gesehen! Cool! Also hier... Will ich mitmachen? Wer von euch ist der bessere Biertrinker? Du? Bist du Alkoholiker? Lalle! Er wird in Fachkreisen auch Lalle genannt! Ein Kasten hält bei mir ein Jahr! Ein Jahr? Ein Kasten hält bei dir ein Jahr? Ein Lehrer! Ja! Volle! Sehr gut! Also Freunde! Ja, also jetzt... Du kannst diesmal den Kaut... Genau! Ich mach den Final-Torwart! Also ich zähle runter von 88 auf 0 mit Freiwill zusammen! Und äh... Das ist bei ihm ja scheißegal! Ja genau! Das ist bei ihm ja scheißegal! Bei mir ist das sowieso scheißegal! Ich komm aus Leipzig! Bei ihm hält ein Kasten! Bei ihm hält ein Kasten, ja! So! Setzt an! Freunde der Nacht! Los! Drei los! Ja, nur richtig! Komm, gar nicht schlucken! Durchlaufen lassen! Ohhhh! Von wegen du bist der bessere Biertrinker! Mit meiner Hälfte! Was Jens, du hast auch was geschafft? Ahhhh! Hau ab bitte im Mikro! Was bist denn du für ein Rocker? Du bist ja gar kein cooler Rocker! Wie schlecht! Und, wie riecht denn? Hat mal einer ein Taschentuch? Pilz... Pilzfrisch! Bitte? Ich will masturbieren! Nina, ich will das ja hier vorbereiten! Schnaps, Alter! Was geht denn hier ab, Alter? Wir haben Taschentücher! Ja! Ihr seid Red God Dawn! Ah! Oh, danke! Wer hat noch Taschentücher? Danke ans Publikum da hinten! Übrigens, wenn ihr mal vorbeikommen wollt... Ich muss morgen nämlich wieder zum Bingo ins Altersheim und hab noch kein Verlosungsmaterial! Wenn ihr mal vorbeikommen wollt, die Karten kosten 20 Euro sind, aber wir haben nur 2000 Plätze, deswegen... beeilt euch! Ähm... Stellt euch mal kurz was... Was macht ihr für Musik? Wie viele seid ihr eigentlich? Genau! Und wie lange gibt's euch schon? Und wie seid ihr dazu gekommen? Und könnt ihr Geld damit verdienen? Haha! Okay! Also... 2006? Ja? Nein? Vier? Nein! Ne, also... Ja, im Endeffekt... Was machen wir für Metal? Also wir würden uns selber, jetzt sag mal eher so Modern Death Metal einordnen irgendwie... Obwohl das natürlich immer so ein bisschen schwierig ist so mit den Schubladen, ja? Ist... So, okay, erzähl mal weiter! Ja, wir haben uns mehr oder weniger jetzt so 2006 äh, von mir, der Lars und ich... Wo in Berlin ist der immer ganz wichtig? Äh, in der alten Feuerwache? Ja? Ja! Welche? Ja! Ja, ja... Naja, ich rede jetzt hier nicht von der... Nicht von der Konzerthalle, sondern ich rede von der Bar! Äh... Ja, ne... Auch genau die Garage! Ach, die Garage, Bart! Ja, stimmt! Die alte Feuerware! Ne, da hat's natürlich alles, wie jeder, jeder Scheiß hat's mit dem Bier angefangen! Ja! Und dann haben wir uns halt zusammengerottet und dann haben wir... So wie die Hälfte der Kinder auf der Welt auch mit dem Bier angefangen haben! Absolut! Ja, ansonsten wären wir ja nicht so viele! Und, äh... Ja, dann haben wir uns einfach zusammengefunden und haben gesagt, okay, alle klar, wir suchen uns die passenden Jungs dafür zusammen, oder Mädchen, hm... Und, ja, so ist das halt zusammengewachsen irgendwie! Es ist ein Kommen und Gehen gewesen und, ähm, ich sag mal, das, was jetzt da ist, ist sozusagen, äh, der erlesene... Der erlesene Rest, der noch Bock drauf hatte! Der noch Bock drauf hatte! Wie sieht's aus? Habt ihr Kinder? Habt ihr Berufe? So, Geld und so? Ähm... Also... Der Lars, äh, äh, der hat einen, äh, äh... Einen kleinen süßen Fratz, ja! Einen, äh, äh... Mein Patenkind, sozusagen! Einen kleinen Sohn hab ich! Ron heißt er! Und ist die Frau noch da? Natürlich! Aber... Haha! Im letzten Jahr erst geheiratet, alles komplett total konserviert! Ja, so ein bisschen Rock'n'Roll, Freunde! Ja! Rock'n'Roll! Muss man oberst mal die Eier zu haben! Ähm... Junge 20! Nee, 33! Und da macht man noch Metal in Berlin? Also... Könnte es nicht lassen! Also, jetzt ehrlich! Nee, sie kennt mich auch schon seit meinem vierzehnten Lebensjahr! Auch mit Musik, von daher passt das alle zusammen! Jugendlieber! Habt ihr auch mal einen Song über sie geschrieben? Genau! Ist noch in Arbeit! Ist in Arbeit! Liebe Maria! Wenn du das jetzt hörst! Nee, wie heißt du denn? Meine Frau! 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 Ähm... Kathrin! Wie? Kathrin! Kathrin! Wenn du das jetzt hörst! Guckst bestimmt zu, wa? Jetzt! Jetzt! Schämt dich bestimmt ein bisschen! Habt ihr Instrumente gelernt oder wart ihr vorher schon mal in Punkbands oder so, dass ihr das bedienen könnt? Naja, im Endeffekt hast du irgendwann mal gesagt, ey geil! Das ist eine coole Band, die du hörst! Irgendwie, die spielen ein Instrument XY! Also hast du dir gekauft! In dem Fall hast du es halt so lange probiert, bis das entweder konntest oder wie auf der Scheibe eben nicht! Nee, also im Endeffekt ist... Du versuchst halt deinen Idolen, sag mal ja, den ganz Großen irgendwie nachzueifern! Und ich denke mal, so ist das halt bei jedem irgendwie... Also Reproduktion! Sagt jetzt keiner, der sagt, uh, ich studiere jetzt Gitarre! Habt ihr auch Bock darauf, mal was Neues zu machen? Na, definier mal Neues! Also wir werden jetzt keine Boyband irgendwie... Nee, das meine ich jetzt nicht! Aber sich davon zu lösen, seinen Vorbildern nachzueifern! Ja, das ist auch schon lange passiert! Also im Endeffekt ist das klar, du hast irgendwo... Naja, gewisse Bands irgendwo, du sagst so, ja, das ist so stilistisch das mit dem... Und was ist das bei euch? Sehr unterschiedlich! Also ich glaube, die Mucke bei uns... Hört sich auch nur so an irgendwie, weil jeder irgendwie einen anderen Vorbild hat! Und jeder vor allen Dingen auch ein anderes Genre! Naja, jetzt sag doch mal! Naja, ich sage jetzt mal... Bei Lars, was ist... Wer ist denn bei dir? Meine Einflüsse! Wer ist dein Idol? Wer ist dein Gitarrengott? Also mein Gitarrengott! Also der ganz Große ist erstmal Jacques Schuldiner, der leider schon verstorben ist! Es wäre... Kurt Cobain auch! Naja! Leider nicht! Und ich bin noch ein großer Fan von Dino Casares! Der wird zwar nicht so erhypt, aber der ist ein super Songwriter und hat's drauf! Und die benutzen auch elektronische Geräte in ihren Songs! Und jetzt nochmal du, was ist deine Lieblingsband? Meine Lieblingsband? Die eine! Exoparn! Huuuuuh! Exoparn, ist das nicht die Band, die gerade erst eine EP rausgebracht hat? Ja, hab dabei? Absolut! Hol! Hol! Hi Franz! Ja! Schön die Kamera umgerissen, schön! Man, man, man! Special Effects! So, dann wollen wir nochmal reinhören, oder? Ist jetzt soweit? Was hören wir? Wie heißt der Titel? Was machst du denn? Was hast du angeklickt? Der Song heißt The Rise of a Zero One! Und dafür tanzt werden! Es geht's los! So, dann haben wir mal in den ersten Jahren! Was waren wir? Es geht's los! Oh, ja! Oh, ja! Oh! Was ist das so wahr? Oh! Das war's für heute. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020